Hallo Freunde, willkommen zurück bei Honeycam Studio. Mittlerweile haben wir jetzt 6 Mädels. Und die wollen ständig versorgt werden mit Alkohol, mit Zigaretten. Na gut aber. Ich bringe auch gutes Geld nach Hause, von daher. Zack, zack, zack. Schauen wir mal, können wir was investieren. Zack. Automation. So. 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 So, 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 so. Affirmative. Nochmal Promo, Ipony haben wir nur eine. Hm, hm, hm. 3. Den Rest kaufen wir aber auch noch. Zack, zack, zack. Heiko will 128, die... ...tonne. Verdammt. Aiko, Aiko, Aiko. Du bist Aiko, oder? Ja. Und das auch, das waren wir ja vom Promo. Scheiße. Okidoki. Oh, da gehen wir mit Leidern, der. Was hast du noch? Ich glaube, ich kann das machen. Ja, ja. Du musst Geld verdienen. Wir müssen alle Geld verdienen. Und du bist schon da dran. Ja, warum nicht? Ich habe das Geld verdienen. Ich habe das Geld verdienen. Ich habe das Geld verdienen. Und jetzt alle zwei Sachen. Ja. Promo. Bye, bye, bye. Völlig egal, was ist es, wir kaufen es. Sooo. Wo kaufst das? So. Tiffany, Level 4. Ja. Aiko Geld verdienen. Was kann ich tun? So. Ähm... Style... 100... Talent... Kom... Oh... Und äh... Pull dancing... So. Du bist gestresst. Äh... 19... So, invest... Weiteres Mädel. Haben wir noch eins übrig? Nein. Oh, scheiße. Fette Minus. Fette Minus. So. Wo gehst du hier hin? Du musst Geld verdienen. Geld verdienen. Du bist gestresst. So. Hohoho. Jetzt wird's mal richtig teuer. Jetzt wird's mal richtig teuer. Ich brauche mehr Talent. All done. Maxed out. Ähm... Geld verdienen. Geld verdienen. So. 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 Das war's. Das war's. Wie würde ich das machen? Guten Tag. Gib es einen Schuss. Scheiße, die rauchen zu viel. So, Aiko, Geld machen. So, wir sind noch im Plus hier. Promo, 2, 3, 4, 5, so. So. Du hast 1000 schon. Ähm. Tricks kaufen. Promo kaufen kaufen. So, wir sind am 13. Tag und wir sind noch nicht bleide. Das ist besser als alles, was ich vorher hatte. So. Ähm, Niki, du musst Zigaretten kaufen. Du bist gestresst. Du... ...verbesserst deinen Style. Du bist gestresst. Verdammt. Mädels. Scheiße. So, invest. So. So. Der darf. Und... Ich trage es aus, ich trage es aus. Wie geht's los? Wie geht's los? Geh, dann gehst du Kippen kaufen. Wuh-huh. Wieso? Wieso? Hopp. Mhm. Ja, ja. Das ist es. Zack. Geld machen. Auf was wartest du? Geld machen. Oh Gott. So. So. Stresst. 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 Ich geh kaputt. So. Kippen kaufen. Mädel. Stresst. So. Wieso? So. Er will Wassersport betreiben... ... im Wunders... ... im Wunders... ... Heiko ist meine Teuerste. Komm! Wo kriegst du Wassersport? Ja? Du sagst so! Schön, schön, schön. So. Das ist nicht so schlecht. Hm, hm, hm. Tor... ... ist geladen. Nächste Ordnung? 1.100... Äh, hm, hm. Komm! Entstanden! Ein Stück Kegel! Wir machen das! Wie würde ich das tun? Natürlich, warum nicht? Kann ich dich jetzt treffen? Ja, ja! 8.000... 8.000... Ja, hab doch... ... echt einen drüber. Ich glaube, ich kann das tun. ... Promo... ... ... Förey... ... ... W 12-Spot... ... ... Fit... So. Ah. Natürlich, warum nicht? Hm, Bondage. Ähm... Analplug. So. Wie würde ich das machen? Ähm... Was? Was ist das dort? Oh Gott. Der Kurs zu Ende. Affirmativ. Ich bin glücklich, dass das vorbei ist. So, das ist fertig. Wenn du so sagst. Promo bei und bei. Zack. Das gibt Geld. Zack. Hey, let's do. Jetzt machen wir die Super-Wundermädels. So. So. So, was haben wir denn jetzt alles? Ein Analplug für dich. Eines für dich. Eines für dich. Du kriegst das? So. Bringt auf jeden Fall eine Menge Spaß hier in die Runde. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. So. 2000. Wo soll ich den Schot? Komm. Ja, sicher. Jetzt auch noch. So. Hum, 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 hum. Trinken holen. So, investieren. 160 Kech. Einmal raus. Obst greifen. Flori. So. Hm hm hm. Zack, zack, zack. Du bist gestresst. Du kannst noch mal eine Runde. Wow, verlampt. So ein Meter in dem Miesen. Tag 15. 10. Entstanden. Kann ich jetzt fertig sein? Okay. So, 30. Ja, warum nicht? So, fertig und fertig. So, wir sind wieder am... Plus... ... 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 Kann das noch jemand gebrauchen? So Mädel, viel Spaß. Und du kannst immer noch eins gebrauchen? Geil. So. 19... So, Aiko... Hopp. So, zack. 3.000 macht ihr. Alter. Promo. So. Alter da. 2.000. 2.600. 3.000. Hölle. 2.000. 3.000. 3.000. 3.000. Okidoki, easy peasy. Und holt ein paar Fans. So. Do, do, do. So. 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 Die Mega Mädels sind am Start. So. Can I be done now? Tags 90, verdammt. 20. Affirmative. Not too bad. Tags 80. Was haben wir noch? Ähm, zack. Und da war dann noch ein Mädel und hat das gebraucht. So, 90. So. So gestresst. So. 105. Exot und Exot. So. So. So, wir sind schon bei 5k Fans. So. 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 Okidoki. Easy peasy. Jetzt krieg ich den Test. Achtung. Tack, 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 tack. Na komm, mal mehr. Wie kann ich das jetzt tun? Ähm, zack. Nur um es wieder gestresst. So, wie sieht es bei dir aus? Fans. So. So. Hopp. Jetzt heißt es bald. Nicht zu schlecht. Ein Stück Kegel. Alles klar, dann. Äh, äh, äh. Ich bin auf. Warte nicht auf dich. Das ist dann. So. Kohle machen. 4.000. Promo. Äh, Runde, Zürich. Okay. So. Gehen wir wieder hier drauf. Zack. Ja, es wird schon wieder verarbeitet. Ja. Ja. Wie würde ich das tun? Ja, ich würde es schon wieder verarbeidet. Geh das an. Tag 17. So, ich mach mal ne kleine Pause, ich sag tschüss und tschau, bis zum nächsten Mal, bye bye.